Bitte nicht, äh, okay, das kann ich. Auf dieser Map habe ich Reapers und Merk gefickt. Und Edis. Mach lauter! Auf wie viel ist Bitcoin in Dollar? Und in Euro? Ich sag's, also dann so ungefähr 7. Oh ne, oh ne, 48.000, was labert ihr? Euro. War schlecht, ne? Was ist das für ein Kripp? Schmissen. Okay, dann, äh, wie? Wir können nur noch abfacken, wir können nur noch abfacken. Ja, Digga, den klippe ich jetzt nicht an. Okay, warte mal, sind die rot oder blau? Die sind rot, ne? 20-24-Muse. Item card. 5. Auf 10-25-Muse. 3. Whoa! Guck mal, was mein Team macht. Guck mal, was mein Team macht. Guck mal, was mein Team macht. Guck mal, guck mal, wie weit die hinten sind. Die so gut in so einer kleinen Schlampen. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr kleinen Schlampen da? Nicht bitte, nicht bitte raus. Mann! Was macht mein Team? Warum kommen die nicht voran, Digga? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Einer ist AFK. Echt jetzt. Ist eine AFK. Get me out, get me out, get me out, bitte. Bitte get me out, bitte get me out. Bitte, 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 bitte. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ich hab keine Lust mehr. Raus, 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 raus. Er schlägt mich, er schlägt mich, der Hurensohn. Guck mal, was er macht. Guck mal, was er macht. Mein eigener Maid schlägt mich. Was macht ihr da vorne? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Komm mal, komm mal, was er macht. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Hol' ich die Otegarde. Komm mal, was er macht. Komm mal, was er macht. Vielen Dank. Alles gut, Party Elements ist easy im Back-to-Back zu holen. Ach so warte mal, suche ich jetzt mit denen wieder? Ne, 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 raus aus der Lobby. Raus aus der Lobby. Did it. So, T-Pain ist da, T-Pain ist da, T-Pain ist da, T-Pain ist da, die Runde ist ein Win, aber ganz lock. Okay, let's go. Komm schon, Team. Warte mal, es ist ein Team. Ne, 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 ne. Okay. 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 ick, Das war's. Man, Digga. Reicht das Ding? Einfach mit dieser vergibten Dings. Ich kann das nicht. Hau ihn um. Hau ihn um. Mate. 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 Schlag. Ich bleib hier um mich fest zu halten. Hab ich mich selber ausgenockt? Ich glaub's nicht. Nee, oder? Ich hab's, oder? Warum ist er noch so weit oben, Digga? Hab ich's? Nee. Oh, nee. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Einfach ne Bombe gegen meine Rucke. Ich kann das nicht. Ich hab's. Alle Bomben auf mich wieder, ne? Nein, 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 nein. Guck mal, was für Geeks. Ich kann das nicht. Warum Eldos? Liegt mein Mate noch? Ne, das wars. Ne, die sind beide weg, neben der Bombe. Ne, Rot gewinnt. Haben die schonmal gewonnen? Ich hoffe nicht. Aber das dauert ja über lange mit 3 Wins. Wie? 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 Das war's. ist mein mate raus von jedem team ist noch einer drin von jedem team ist ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich habe auch Bananen in mein Gesicht, ich kann das nicht. Nein, 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 nein. Jetzt random. Jetzt random. Ich hab's gewonnen, oder? Ich, oder? Wie hat er gewonnen? Erklär's mir. Wie hat er gewonnen, Chef? Wie hat er gewonnen, Digga? Boah! Scheiße! Das war's für heute. 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 Haha, hat die mitgezogen. Das war's für heute. 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 Wenn ihr es jetzt da ist, kann. Aber es ist safe Musik. Was macht ihr da? Das war's für heute. Das war's für heute. Ach du Scheiße. Die sind angestellt, ne? Die sind angestellt bei Fokus. Yeah! 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 Nice guys, nice guys. Willkommen bei Musti & Biss. Musti & Biss. Heute bin ich euer Kellner. Und ähm... Jetzt muss ich direkt mal so eine Karte. Okay, okay, gut. Da könnt ihr dann aussuchen, was ihr haben wollt. Gibt ihr zuerst. Und wenn ihr das braucht, einfach nur klingeln. Ach, what? Easy shit, easy shit. Ah, da wird einer gleich wieder horny, ne? Was gibt's da? Verrückte Karte. Äh, nein, nein, aber lies mal vor. Also einmal... Wie gibt's die im Biss? Wir haben einmal auf der Karte Wein... ...und Cheeseburger. Was nimmst du? Es gibt Wein und Cheeseburger? Ja. Sag gute Mische. Im Biss mit 5 Sterne. 5 Sterne aus Typ hier. Nimm die Jacke. Nimm die Jacke jetzt ab. Kommt der gleich. Nein, nein, der kommt gleich, der kommt gleich. Oder warte mal, aus NRW, wie lange braucht man denn da hin, nach Wien? Man kann fliegen, man fliegt NRW. Ja, ja, gut, gut. Sie ist hergeflogen. Ja, ja. Kannst du einfliegen lassen, normal, Bro? Normal, Bro? Private. Aber ist bisschen leise, oder? Bei mir mit Freunden? Ex-Freunde? Nein, Ex... Also Freunde, Freunde. Ich war mit Freunden hier schon. Okay, weil ich hab Ex gehört. Das sehen wir so, okay? Nein, nein, nein. Ähm, und... Ja, es ist ein super Restaurant hier. Ja, kannst du empfehlen? Gib mir ein bisschen mehr, Bruder. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich bin mal gespannt. Aber du siehst sehr schön aus, auf jeden Fall. Nein, schön, du auch, du auch. Danke. Ja, gut. Ich hab ihn auf Handy geschrieben. Nein, eigentlich nicht, aber... Ja. Ja! Good job, my boy! Take your shoulder. Ja, baby. Ja. Ja. Mal gucken kurz. Look what we got. Ja. Kann ihn auspacken. Er sagt, jetzt mal gucken kurz. Nur mal looky, looky. No lookpass, hä? Ja. Das ist nichts, ist nichts. Das sieht frei wie ein Auspack. Aber, Bruder, ich will jetzt wissen, wie er das Gespräch weiterführt. Zeig mal her. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Das hast du sehr schön gemacht. Was steht da drauf? Äh, Te Amo, Chok-Sin-Sin, Juba, Lepotta. Stimmt das auch? Ja. Ja. Normal, das war... ... hab ich extra für dich geholt. Frag, was für die Lunchfrau ist. Ja. Normal, normal. Guck mal, der Esel. So für den Chat zu gucken. Frag doch mal, was ist. Halt das Gespräch ablaufend. Vielleicht kommt Bestellung auch. Und... Ich hab ja auch diese Rose... Ich sticke die inzwischen in den Mund. Und wenn diese Rose kaputt geht... Dann... Also, diese Rose kann nicht kaputt gehen. Okay. Diese Rose kann nicht kaputt gehen. Die sind arschteuer. Du kannst sie auch nicht kaputt machen. Okay. Ja. Weißt du wieso? Wieso? Weil ich für dich gemacht bin. Haha. Das war Musi. Weil ich für dich gemacht bin. Aber hast du gelacht? Ja. Nein. 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 Du bist der Erste. Ja. Ich bin die Erste. Hm. Findest du sieh ich aus? Wie sieh ich aus? Wie sieh ich aus? Wie sieh ich aus? Also... Ich hab meinen Anzug an. Mhm. Ich hab ähm... Wie geht's? Ich hab meine Trocken. Weißt du? Das finde ich ist das Highlight. Ist gut. Ich hab Spongebobsocken. Okay. Aber ich finde... Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Ja. Ja. Ihr habt ihn so verkackt. Ja. Das redet dir so verkackt. Und du, ihr habt ihn so verkackt. Ja. Du, ihr habt ihn so verkackt. Ja. Du, ihr habt ihn so verkackt. Weißt du, wie ich aussehe? Weißt du wie ich aussehe? Ja. Guck mal jetzt. Der Vollidiot, wie er reinkommt. Mit dem Erkugel, Bruder. Guck mal mit irgendeinem schlechten. Handtuch. Haha. Der sieht wirklich aus wie ein schlechter türkischer Kellner, ne? Die Auswahl war schwierig, aber ich glaube, ich nehme Cheeseburger. Wollen Sie nicht erst mal was trinken? Wein. Ich kann auch nicht. Es gibt einfach Wein und Cheeseburger auf der Karte. Kokova? Kokova, mach mir auch ein. Mach mir genau dasselbe. Alles, Margot. Danke für die Subs. Liebe. Kurz, kurz, kurz. Gut feiern. Dankeschön. Dankeschön. Bei mir auch. Bitte, Jungs. Bitte, bitte. Klingel. Danke für den Timeout. Was fand ihr, Bastard? Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Was warst du? Wir stellen jetzt einfach uns gegenseitig frei. Okay. Okay, fang du an. Das ist live übrigens, Chat. Was magst du an mir? Ah, stimmt. An dir? Kennen die sich? Nein. Also rein. Wo hattet die denn? Wo hattet die denn? Die waren gestern schon unterwegs. Optisch und vom Charakter. Okay, optisch gesehen bist du top. Reipzeit bitte. Top. Ja, top. Charakterlich. Ah, guck. Die haben sich schon kennengelernt. Kennengelernt erst so. Und. Ja, die waren gestern unterwegs. Eindruck. Das sind praktisch. Digga, zu was soll das hier enden? Ja. Ja und ja. Bro, nur weil du grad bisschen horny bist. Ehrlich, Bruder. Tschö doch mal. Ja, die Ficken nicht. Gegenfrage. Gegenfrage. Sag mal. Sag die Ficken. Ich mag an dir. Dein Haarschnitt. Dein Edgar? Dein Haarschnitt. Bravo. Ich mag das. Ja, ist der eigen auf jeden Fall. Bruder, ist der eigen. Ist denn crazy unterwegs? Crazy? Genau so, genau so. Und. Ich finde. Du bist ein süßer Boy. Auf jeden Fall. Aber gut. Und dein Business macht. Und ein Business macht. Yes. Du musst deinen Mic lauter machen. Du musst deinen Mic lauter machen. Es ist immer so. Einige finden das ja nicht so toll, wenn man nach denen sagt. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ah. Playboy. Aber ich find's krass. Ich bin ein bisschen überfordert. Weil ich war noch nie. Ich hab noch nie was mit Twitch zu tun gehabt. Nein. Ich freu mich. Die Leute sind super. Ich bin exiled auf jeden Fall. Die Leute sind super. Soll ich hier mal schreiben? Mic lauter? Ja. Ich glaub die Jack schreiben. Was ist das? Wubble Wubble. Ich kann das nicht. Ist Wubble Wubble? Hier ist der beste Wein. Zuerst. Aus Kolumbien. Den hat Jennifer McPearl erfunden. Ist ein super Getränk. Und schmeckt nach Traubemünze. Oh, das steht noch nicht mehr. Traubemünze. Ist auch Schmeck. Der Kerl, ne? Der Typ, die kriegen auch... Guck mal wie einfach. Guck mal. Der wurde damals erfunden. Lass mich nicht lügen. Achtung. Rund 4000 Euro oder so. Der wurde damals erfunden. Damals erfunden 4000 Euro, Chad. Oder die kriegen keinen Satz. Der macht einen Punkt raus. Ich hab einfach das Gefühl, dass ich mit Abdul rede. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Egal, egal. Und wenn ihr was zu essen haben wollt, klinge. Ja, ja, ich. Easy. Lust, lust. Easy. 130er IQ. Guck mal, willst du über die Menge sprechen? Ja. Er hat reingeschissen. Stoß an und sag in die Augen schauen. Ach! Wir haben beide nicht in die Augen gehofft. Ja, Digga. Das heißt schlechter Sex, Bro. Das musst du ihr sagen. Sieben Jahre schlechter Sex. Ja. Das musst du halt sagen. Fuck, Digga. Das ist immer so ein kleiner Eisbrecher. Weiß er das noch nicht. Aber sein Anzug ist fresh. Das haben wir noch nicht hergebracht. So ist besser, oder? Ja, das muss man halt auch sagen. Sein Anzug ist ernst, fresh? Sidney und ich und so waren halt noch nie wirklich mit dem Saufen. Der hat einfach verschüttet bei mir. Egal. Egal. Er guckt so viel Chat. Ja. Okay, gut, gut, gut. Ja, Bruder, die müssen, mach doch Gespräch. Sprich. Wie gesagt, du bist ein sehr süßer Boy. Fuck! Und ja, ich freue mich hier zu sein. Ich war noch nie lustig. Frag ihr, ob sie würde. Kein Ding, kein Ding. Ich zeig dir auch später noch die Stadt. Wir können fahren. Mit der S-Bahn, oder? Du Vollidiot. Lass ihn mal machen, Edi. Nein, es ist schon raus. Lass ihn mal raus. Ja, ich bin schon wieder hier. Das war wegen so Reifendruckqualm oder sowas. Ja, diese Felgen und so, diese Qualen. Und das Ding ist, mein Auto war die ganze Zeit in der Werkstatt. Bist du gedriftet, oder? Ja. Ja, ja, ja. Und das Ding ist, das ist kaputt gegangen. Und ich musste die Werkstatt gehen. Und ja. Und so Quallen. Ich musste die ganze Zeit auch mit Scooter fahren. Das war voll. Mit Scooter? Wir müssen mal fahren, was er fährt. Was er für ein Auto fährt. Ja, das ist besser für die Umwelt, ne? Ach, kann ja. Hast du Führerschein? Nein, ich habe auch keinen Führerschein. Auch keinen? Egal. Besser, besser, dass ich ja. Leute, Skandal. Einfach keinen Führerschein mit 20. Egal, kommt. Kommt, kommt, kommt. Selfie. Du musst wirklich machen. Ja, tut mir. Egal. Wir lernen zusammen. Ja, wir lernen zusammen, weil du Führerschein schon hast, ne? Ja. Ja. Aber was sind denn deine Hobbys eigentlich so? Hast du welche? Hobbys? Ich bin, also ich spiele Fußball. Fußball? Ja, ich spiele Fußball für Fokus. SV Fokus. Okay. Also Fokus auf die Eins. Hater auf die Eins. Ich spiele für Fokus und ich spiele in der zweiten Bundesliga. Deutsche. Okay, und sonst? Ja, davor war ich noch. Jungs, Jungs, Jungs. Also ich war richtig gut in der Jugend. Ich kann das nicht. Bei Dortmund. Doch, er hat recht. Lass ihn mal machen. Er ist ein Bittensmann. Ja, dann bin ich gewendet jetzt. Und hier ist super bei FC Fokus. FC? Und sonst? Twitch halt, ne? Ja, genau. Du kannst Social Media auch noch. Sehr stark. Machst du diese Doppelding? Aber du musst auch Social Media, ne? Ja, ich mach auch Social Media, ne? Aber nicht mehr so intensiv. Wird es nur noch so... O-F, oder? O-F, oder? O-F, oder? O-F, oder? O-F, oder? O-F, oder? O-F? 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 Ja. O-F? 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 ja das ist bei dir interessiert viele beziehungen schon hat ist die eine beziehung ein beziehung und du gar keine gar keine und wie viele kennen ja nun das ist von also mit kein mit keiner frau vor was ich habe die nächste frage ich habe die nächste frage geschrieben worden jetzt fragt ein bisschen ein bisschen nästiger ja ich bin vorbei ich habe voll bock darauf ich habe noch nie also ich habe eine playstation aber was das fifa spiele hast du mir gesagt also schnell hast du mir gesagt ja aber ich bin hauptsächlich fußballer echt ja das mit manche also ich käme von freunden so dass mädchen sims und so ein bisschen spielen als sims mann mädchen ja es gibt mädchen die sims spielen und ihre eigene familie da machen und so aber ist nicht das nur auf pc oder so nein ich glaube es gibt es auch auf konsolen ja auf jeden fall ja sie muss immer eine frage stellen ja ich habe noch nie so playstation oder sowas gespielt aber ich habe auch gut füderschein lernen lernen schlecht wir lernen zusammen ich zeig dir das ich kann ich kann alle teorie fragen alle teorie fragen jetzt noch im minecraft war gestellten knall ich dann komme ich immer nach der haarschnitt macht schon so vieles kaputt ja sagt sie du warst die flamengo das ist schon fertig ja schon mal besteck hier einmal für die dame doch ich wollte dich fragen was das ist mir schon gesagt ja aber das sind nicht meine hobbys okay sagen wir haben ist da noch von dir ich habe zehn jahre kickboxen ehrlich jetzt zehn jahre kickboxen ja so knapp zehn ich kann auch kickboxen ich muss den letzten jemanden packen ja er ist der schmale also so heißt auf social media und ein paar letztendlich hier in wien ich musste ihn packen einfach mal als sein geld nicht getan weil er den stress gemacht er hat stress gemacht ja wieso das hat stress gemacht social media und so er sagt so er hat gegen mich geschossen so ansagen gemacht da muss ich ihn packen ja dann hast du das erledigt ja weißt du wenn ich auch noch packen musste ehrlich jetzt sein kütze kardisch ehrlich jetzt sein tschock sein baby also sein kleinen jungen so eine rohr hat ja echt ja wo er heißt auf twitch dieser kleine ich habe ein clip gemacht schickt das jetzt ist kuckuck kuck kuck der oder dreh der hat jetzt weg wurde er haut unter seinen schuh ich habe auch mehrere tausend leuten von mehreren 1.000 Leuten. Öff. Boah, wie schnell ich diesen Clip Edis geschickt habe. Wala, Bruder. Sag, verletz dich nicht, Baby. So, jetzt wieder. Körperkontakt, wichtig. Yes, Isa! Mutschi, Spongebob! Mutschi mit Essen! Gut, Mutschi. Das hast du toll angerichtet. Ey, du siehst echt schön. Wenn du noch was brauchst, was? Dankeschön, Dankeschön. Wenn du noch was brauchst, ich bin voll ist da. Geh guck mal. Geh guck mal. Wie soll ich das jetzt essen? Mutschi hat geguckt. Was für ein Ding? Du hast Besteck, ne? Ja, ich hab Besteck, danke. Scheiße. Bruder, sie hält das Ding hier am Laufen. Ja, sie ist so offen. Das ist gut. Ja, aber sie ist gut. Ja, sie weiß auch das so. Ja, sie ist 20. Echt? Vollidiot ist auch 20. Echt jetzt? Ja. Ja, ja. Ist er das schon? Nee. Ich kann mir nicht erzählen, dass der Typ 20 ist. Digger, du machst wieder Auge auf seine Chick, ne? Ja. 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 Ich will nur... Ja, das ist gut. Ist doch nicht schlimm. Du machst Auge auf seine Chick, weil er dich grad ein bisschen gedisst hat. Warte. Ey, doch leg das Handy weg. Okay, guck mal. Sag das Business. Ich spuck auf seinen Chick. Okay, passt. Ich spuck. Ähm. Sicher das ist dein Ding, oder? Nein, sowas sagt man nicht. Ja, ja. Wieso? 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 Bist du so eifersitzig, oder was? Nein, nur besser nachfragen, ne? Ich mach nichts mit Mädchen. Ich hab nichts mit Mädchen versucht. Kein einziges Mädchen? Nein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wie stehst du zu One-Night-Stands so? Oder... Er haut einfach aus! Wie stehst du zu One-Night-Stands? Also... Das ist nicht das, was du davon hältst. Bei Hobbies. Ich hab auch nichts. Ja? Ja, ich hab auch nichts. Besser so, oder? Ja, Quatsch. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall, du hast den dann... Du hast den dann gepackt und dann... Ist jetzt vorbei, also kommt nichts mehr von ihm? Nein, nein, nein. Nein, ist geklärt? Okay, sehr gut. Ihr habt den in den Kofferraum gesteckt. Ja? Von meinem Auto. Ja. Davon gibt's ja auch Clips und so. Kannst du dir dann... Danach dir alles angucken. Mhm. Und ich bin in den Kofferraum gesteckt... Gepackt. Da kam noch dieser Rohrat und so. Die kam viel gegen eins gegen mich. Es kam Rohrat... Ähm... Ähm... Äh... Äh... Du bist alle gegen die anderen rum. Ich bin alle in den Boxen. Machst du irgendwie Kampfsport oder so? Nein, nein. Ich hab mich auf der Straße gewährt. Gute Antwort. Ja, auf der Street. Auf der Street. Okay, also... Kannst du mich beschützen? Ja, Mann. Ja, Mann. Du hast zehn Jahre T-Pop-Erfahrung? Ja. Ja. Also ich glaub... Mein Vater wollte irgendwie einen Jungen haben oder so. Gerade mich... Ja, sollen wir noch Nationalität fragen? Ja. Ja. Frag mal ihre Wurzeln. Egal. Die geht trotzdem. Egal ob jung oder Mädchen. Ja. Ja. Das kommt gut für alle. Ja. Äh... Wie sie heißen? Das wär ja auch so mit Fußball. Angelina, Angelina. Ich war auch bei Levanti davor. Levanti war ich auch zwei Jahre. Ey, er cappt zu viel, Junge. Ja, er cappt zu viel. Ja, er cappt zu viel. Er cappt zu viel. Mach doch Vlog. Ja, er ist auch. Aber ich will ein bisschen was sehen. Dann bin ich zu Dortmund gewechselt. Also wir haben früher in Spanien gelebt. Soll ich mal sagen, was sie viel in der Landsfrau ist? Das erkenne ich sofort. Ich habe sie gespielt zu zwei Jahren. Und jetzt bei... Ich sag Balkan. Nein, Angelina ist, glaub ich... Sie könnte Polin sein. Oder... Digga, er cappt viel zu viel, Chad. Es schmeckt gut. Schmeckt sehr gut, oder? Aber ich habe gar nicht so einen großen Hunger, muss ich sagen. Na gut. Das sieht aus wie dieser Tiefkühl-Burger, Chad. Echt? Ganz Wien, ja? Du gehst in den Dönerladen, du fährst den Burger, dann kommt das da. Oder? Aber er ist öfter dann in Wien, ja? Sie ist ein Mädchen mit Manieren. Das kann man ihn auf jeden Fall lassen. Wenn sie Jugo ist, frag woher sie kommt. Dann redet ein bisschen Bosnien. Guck, was sind bei dir... Der ist doch auch... Red Flags bei Jungs. So absolute No-Gos. Ähm... Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Ich würde gar nicht... Ähm... Wenn er... Mit vielen Frauenkontakt hat... Oh, Jungs! Okay. Warum schmunzelst du jetzt aber nicht? Du hast mit vielen Frauenkontakt, oder? Ist dein Burger? Ja, du freust dich auch nicht. Sag... Wenn er... Sag ihr, du bist ein Playboy. Sie weiß es. Sportlich ist... Äh, nee, nee, das ist kein Red Flag. Das ist ein Red Flag. Ähm, wenn er... Was du nicht magst so? Ja, ja, ich weiß. Äh... Alkohol mag ich gar nicht. Okay. Alkohol mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Nein. Äh... Sehr schön, Elders. Elderskraft gesoffen. Boah, was ist noch, wenn... Wenn er... Ungeflixt. Ungeflixt. Sag, dass du dich rasiert hast. Bei dir so? Pff... Red Flag. Ich sag so, auch oft mit vielen Jungs Kontakt zu haben. Achtung. Äh... Und sich... Ich würde sagen, so... Im Internet, man muss sich auch nicht so präsentieren, so... So richtig, so... Weißt schon, so richtig, ähm... Wenn man zum Beispiel was hat, man sollte... Man sollte, ähm, die Person nur so alleine sehen. Äh... Und nicht so... Die ganze Zeit, dass die so... Mr. Horn, die kriegt grad ein bisschen Lusttröpfchen, ne? Ähm... Aber ja, wenn das... Du bist Mr. Horn hier im Call. Du hast Schluss und uns allen zusammen hier im Call. Was? Alle zusammengerechnet... Hast du den doppelten... Das komplette Red Flag? OF? Ja, und weißt du warum? Also entzähl mir nichts. Und weißt du warum? Weil ich den Austausch und Kontakt mit Menschen liebe, ja? Willst du mich dafür irgendwie schlecht machen? Nein, aber... Oh! Nee, bin ich... Bin ich... Bin ich was Schlechteres als du? Weil ich gern Kontakt habe? Nein, bin ich was Schlechteres als du? Dicca, wenn die sagen... Nein, hab ich nicht gesagt. Ich hab nicht ja genug gesagt, dass du Mr. Horn hier bist, Dicca. Ja... Da massiert... Du hast dich aber ohne Gesicht... Aber ich find das sieht... Nur bis zum Hals... Das sieht gut aus... Ich hab auch... Ich hab auch Design sogar... Ja, Zeit mal... Sollen wir auch ihr ein Kompliment machen? Warte... Ja... Mit Design... Mit Design... Guck... Guck, wenn er seinen Kopf gehalten hat... Nicht so, ich mach einen Adern... Wigge, ist der betrunken? Ja... Ja... Ein bisschen... Ja... Willst du wieder sehen, mach ich den Adern... Geht meistens sein, ja... Er sagt... Kleine Finger... Okay... Yes... Gib... Mach gleich ein Check mit ihr... Okay... Da bin ich mal gespannt... Leute, hält er sein Wort? Normal... Ein Mann ein Wort, sag ihr! Ja, normal... Leute, halt ich mein Wort! Hält er sein Wort? Guck mal, er sagt jetzt einfach ein dummes Kompliment... Einfach aus dem Kontext... Macht ihr... Guck... Boah, damn... Die kann auch den Chat sehen, ne? Ohne Spaß... Wenn du A machst, mach ich ein E auf meinen Nugeln... Okay... Okay... Deal... Okay... Mach A auf Nagel... Und ich mach hinten... Schau mal, die kommen irgendwann wirklich zusammen... Diese Locker... So fängt es an... Boah... Jetzt fliehst du so, ne? Nein, nein... Das ist wirklich cool, ne? Ja, sie ist... Also sie... Soll ich euch mal was sagen... Soll ich euch mal was sagen... Was das Problem ist? Es gibt auch welche, die hätten voll... Abblockiert so, weißt du... Ja, aber... Aber soll ich euch mal sagen... Was das Problem ist? Ähm... Das hat kranke... Konkurrenz in NRW... Diese zwei Strähnen... Gefällt dir? Ja... Soll ich das irgendwo machen? Ja... 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 Also so Halbzock nennt man... Ich weiß gar nicht, wie man das genommen nennt... Ja... Ich trag das sehr gerne... Das macht so... Wenn man Eyeliner auf drauf hat... Das sieht schön aus... Guter ist gut aus... Dankeschön... Ja... Er sagt wirklich... Ja... Das ist ja spannend... Ich heiße Angelina, Leute... Oh mein Gott... Sie heißt Angelina... Sie sieht aus wie Angelina Jolie... Ähm... Ist 20 Jahre jung... Genau so hübsch... Jetzt entspann ich mal Lisa... Ehrlich... Angelina Jolie... Ja wirklich... Ich hab ihn auch zu meinem Geburtstag eingeladen... Aber er ist nicht gekommen... Das ist ekelhaft... Ja Turnierspielen... Wirklich... Wo du alles rumleidst... Du hast das Spiel für FC... Fokus... Dass er es nicht mal weiß... Das ist krass... Er sagt Nacht... Warte... Aber ich will jetzt wissen... Wie er das nächste Thema anfängt... Lass mal kurz zuhören... Ja? Ja... 2.4. 2.4. 2.4. Was? Was? Ey... Spaß gemacht... Hä? Spaß gemacht... Was gehört? Ja... Ja er fährt... Nein... Nicht ganz... Noch nicht ganz... Gefeiert hätte er... Sagen sollen... Oder er hätte das... Ja... Der Mann sagt, was wir machen... Mann... Der Schwanz... Ja? Weis noch nicht... Mal gucken... Was hat der... Was hat der Gutzig gemacht...? Weiter finde, der Willi... Die Feiern wieder, oder? Nein... Kannst du das erzählen... Kannst Du erzählen... Ich habe mir eine Yacht geholt... Weil ich ja in dem... Äh... Den Zeiträumen wieder... Ja... War du bei? Bei... Oh oh... Bei... In meinen Augen auch ein Redflag, wenn ich eine Story sehe, wo Dubi drauf ist. Dubi Dubi ist bei mir ein Redflag, nicht out. Ich wusste, dass das kommt. Nein, hör nicht auf die Hater. Weißt du, was ich verstehe? Disrespect gegenüber Musti. Musti hat sich in der Küche den Arsch abgeackert, um den Burger zu zaubern. Die essen nicht. Der arme Musti. Wusste ja. So, auch mal was reinschreiben, Elis. Ja, ja, ja. Er hatte alles im Blick. Muss ja, dass er sich aufregt hat. Ja, genau. Im Blick, genau. Aber was war an dem Getränk? Was war das? Ich war jetzt... Und? Hat es geschmeckt? Ja. Ich sehe, hat es geschmeckt. Schmeckt geistkrankt. Soll ich das entgegennehmen oder wollt ihr noch weiter essen? Muschi, mach ein bisschen Stress. Sonst so? Du kannst ja nicht gehen. Du isst nichts mehr? Nein, ich habe so gut geschmeckt. Ja, schmeckt kass. Ach, das ist mal der... Ja, das war der... Ja, vielen Dank. Mautio. Bahn! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, die Beine. Guck mal, die Beine. Egal, Musti ist auf, Chat. Keine Sorge. Guck mal, was ich reinschreiben. Guck mal, ich weiß noch. Guck mal, ich weiß noch, wer hat das denn? Äh... Mutzi ist bei dem. Er hat gekocht, also diese Imbiss hat... 5 Sterne, das sind schicke Sterne. Chat, ich guck mir das nicht mehr lang anziehen. Oh, schicke. Die Form ist war ein Lecker auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen. Komm beim... Komm beim... Was ist mit richtig schichter Burger? Juri, was war dieser Aldi verpackte Burger für 2,50 da? Das war richtig schichter Burger. Das ist der Burger, den du bekommst, wenn du einen Burger bestellst. Guck mal jetzt, wie er nachdenkt. Du hast sehr viele Pullis, muss ich sagen. Ja. Guck mal, wie er nickt. Das ist süß, das ist süß. Das war gut. Das ist gut. Super, guck dir dann nach. Guck dir dann auf Stream an. Jetzt gucken wir. Ich hab welche von Eddy Studios. Elevate. Das ist so netherite. Was? Oder netherite er denn mal? Nicht Minecraft. Netherite, das ist so wie Balenciaga. Wie Balenciaga. Ja, krass, du brauchst Balenciaga. Ja, Elevate soll gut sein, hab ich gehört. Kennt auch sicher den Besitzer, oder was? Auf jeden Fall, dann such ich gleich. Was ist das? Wir machen das dann auf Stream. Kennt ihr sie? Ich nicht. Ich hab mir gesagt, dann bin ich gleich. Ja. Mein Bro. Nimm wieder an. Aber essen war's. Es war so gut. Mit seinem Scheiß. Schüttet ein, er sagt über nichts. Und verpisst dich wieder. Dankeschön. Ja. Du sagst nicht mal was, ne? Ist das aber wirklich Wein oder ist das Kinderpause? Kinderpause. Ich glaub, das ist Balenciaga gleich schließt. Der hat keinen Bock. Naja, der schließt gleich nicht. Das ist eben keinen Bock mehr. Ist das vielleicht so farbintensiv, oder? Nee, ich glaube, das ist so dieses Rubby-Bubble, oder heißt das, ne? Aha, 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 aha. Interesslich schlimm, ist nicht schlimm. Kannst du sagen? Nein, 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 alles gut, alles gut. Alles gut. Nur ich find das krass, also ich weiß gar nicht, wie schnell sowas gehen kann. Krass. Oh, ist ja nicht schlimm, Leute. Ist nicht schlimm. Nein, nein, ist nicht schlimm. Lass dir eine süße Nachricht da, Leute. Lass dir eine nette Nachricht da. Oh, Maus. Oh, Maus. Oh, Maus. Der ist auf jeden Fall in der Friendzone. Ja, gut, dass sie das macht. Und dass sie auch gekommen ist. Oh, shit. Und dass wir das Ganze für euch machen. Oh, mein Gott. Sollen wir erzählen, wie fress ich das so? Mäuschen sagt man immer so zu Freunden, ne? Nein, nein, nein. Oh, Maus. Er hat mich sehr spontan auf ein Date eingedacht. Ja, ich hab sie mit Privatjet hier. Sie findet ihn zu jung, glaub ich. Soll ich dir sagen, was gut wäre, wenn die Chat einbeziehen würden? So, wenn man sagt, ich schreib jetzt. Leute, ich bin 20. Aber krass, ja. Frag nach ihren Wurzeln. Ich muss sagen, du bist ein sehr, sehr süßer Boy. Ich kann mir vorstellen, dich noch einmal zu treiben. Meine normale Frage, Bruder. Ja, ich auch. Ich auch. Super. Dankeschön. Süßer Boy. Dankeschön. Ist das gut oder ist das schlecht? Bitte, Edos. Edos, bitte. Was sag ich denn? Was sag ich denn? Nein, ich finde das krass, weil ich hab mir noch nie so einen Chat. Komm mal, jetzt kommt schon wieder Muschi. Eis? Nein. Ich wollte nur noch einmal kurz sagen, weil ihr so ein süßes Pärchen seid. Aufs Haus? Weißt du, was ich gerade abnehme, Elena? Die Serie gebracht ist ein Eis aufs Haus. Musst nicht zahlen. Welche Sorte möchtest du haben? Weil er der Bruder kerriert. Nutzi. Weil er Muschi kerriert. Das ist einfach Zucker, da? Diese Cookie Dutch. Schokolade genommen. Aber er ist eh Light Skin. Ja, er ist Light Skin. Er ist Light Skin. Ey, das ist einfach. Boah, du legst gerade ein bisschen Auge, ne? Ja, also ein bisschen ist gut. Ich hätte auch Bock auf Eis, wenn der ist. Ja, jetzt plötzlich Bock auf Eis, wenn sie ist. Du schmolzen. Du schmolzen? Man denkt, das hat noch nie ein Gefrier-Dings gesehen. Ja doch, es geht. Es ist cremig, Leute. Aber cremig ist besser. Es ist besser. Es geht nicht. Es ist wirklich besser als, wenn es so hart ist, dass es so richtig krankend tut. Ja, ja, ja. Es ist scheiße. Muschi Kuckuck. Ey, cremig. Es ist cremig. Bester Koch, Leute. Bester Koch. Ich muss da kochen ganz viel. Es ist voll crazy, Digga. Und du weißt... Äh, das ist voll kacke. Warum hast du die Kerzen aber nicht angebracht? Ja, das ist kacke. Äh, weil... Ich hab Angst, ob irgendwas hier passiert. Ich hab dann verrückten Call in den Chat reingebracht. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Dann gibt's gerade so ihr den Level, weißt du? Genau, genau, genau. Äh, kenn ich das Spiel. Du bist zu früh, oder? Bruder, was ist das für ein Dreijähriger? Ja, der ist geil, ne? Anstream. Also der ist Speed-Style. Mach ein bisschen Musik an und tanzt vielleicht ein bisschen. Ey, das sieht voll gut aus im Anzug. Ne, Leute? Ja, ja, ja. Der sieht richtig fresh aus im Anzug. Oh Gott. Zeig die Socken. Zeig dir Tice. Ich hab Spongebob-Socken. Ich schwöre, sie hat Eldos einfach grad an der Hand, weil... Mein Spongebob-Socks. Oh nein. Ja, wir haben die alle... Ja, wir haben die alle... Sie hat die grad auf den Tisch gemacht bei ihr, bei der Gabel hin. Er zeigt...